Meine Liebe, kannst du mal ein bisschen erzählen über die Behandlung heute? Es war wunderschön und wunderbar, muss ich sagen, mal wieder. Wohltuend, vom Kopf bis zu den Füßen, ein herrliches Gefühl und du sagst immer wieder Dinge, die mir auch helfen für die Zukunft. Einfache Dinge, die gut sind für die Gesundheit, die gut sind für das Herz, für die Seele. Und, Menn, du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Auch wenn es manchmal wehtut, aber es ist gut. Es ist wirklich gut. Darf meine Zuschauer wissen, wer du bist? Ja, ich bin der Gerhard. Obergeneral. Nein, ich bin Oberst bei der Bundeswehr gewesen. 40 Jahre der Bundesrepublik Deutschland treu gedient. Rund um die Welt gekommen, viel gesehen und froh, dass ich jetzt auch etwas genießen kann im Ruhestand. Und zum Beispiel auch zu Menn kommen kann. Immer wieder schön. Menn, alles Gute für dich und für deine Kunden und für deine Klienten, für deine Patienten und für alle die, die du magst. Und Grüße an deine drei Töchter, Juma Lü. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Und du bist mit in meinem Herzen. Ja, und du hast mir schon so viel geholfen. Es ist unglaublich. Und du hast auch anderen geholfen, die in ähnlicher Lage, wie ich gewesen bin. Hast du mir erzählt. Und das finde ich toll. Weiter so. Menn, weiter so. Wir hören Gerhard weiter in meinem Buch. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Auf Wiedersehen. Dankeschön.